Heute gibt es für euch ein kleines Top 5 Building Tipps und Tricks, in dem ich euch zeigen werde, wie ihr ein bisschen bessere Buildings hinbekommt oder ein bisschen mehr aus euren Buildings rausholen könnt. Ganz wichtig ist zu sagen, dass ihr mal gerne in die Beschreibung gucken sollt, weil da ist nämlich das Originalvideo, weil nicht alle Building Tipps und Tricks, die ihr in diesem Video seht, sind von mir selber entwickelt und selber überlegt worden. Da gab es einen anderen coolen YouTuber, wie ich persönlich fand. Schaut auf jeden Fall mal rein, guckt bei ihm mal vorbei, von dem habe ich auch einiges gelernt. So, und kommen wir auch schon gleich zum ersten Building Tipp und Trick. Das ist nämlich ein ganz schön kleiner im wahrsten Sinne des Wortes, denn das ist eigentlich nur ein kleiner Bug. Weiß ich nicht, ob es wirklich einer ist oder ob es so gewollt ist, weil wenn ihr drei Fanskates nebeneinander setzt, setzt sich der in der Mitte ein wenig hoch und geht halt so ein bisschen hervor. Das bringt nochmal ein bisschen, wie soll ich sagen, ein kleines Shape in eure Buildings in euren Zaun und ihr könnt auch Grundstücke ganz einfach abzäunen mit einer ziemlich coolen Variante bzw. einem ziemlich detailreichen Zaun. Nicht nur dieser Standard Zaun, sondern halt mal ein bisschen was anderes. Der zweite Trick ist, wie ich finde, auch ziemlich, ziemlich unbekannt, glaube ich. Ich habe ihn mal ab und zu mal schon mal gesehen, aber noch nicht so oft und das ist eigentlich, ihr könnt nämlich, indem ihr einfach Blöcke auf Walls setzt, ganz einfach einfach einen Pillar bauen, quasi, der in der Mitte einfach nochmal rauskommt und einfach nochmal ein bisschen Detailgrad bei euch in das Building bekommt. Und ich habe es hier mit Strings gemacht bzw. halt mit diesen Trap Rires, glaube ich nennen sich die, einfach hingesetzt. Die sieht man ziemlich schlecht und das wird trotzdem mit dieser kleine, ja, wie soll ich sagen, dieser kleine Pillar halt ausgelöst. Und das kann euch extrem gut weiterhelfen, wenn ihr halt wirklich sehr, sehr viel Detailreichtum haben wollt oder auch mal eine ganze Wall einfach hinsetzt und da einfach mal in der Mitte ein bisschen, ja, Variation haben wollt. Und das halt doch ziemlich klein und dezent. Der dritte Punkt ist auch ziemlich, wie soll ich sagen, klein, aber fein. Das sind einfach Schlagniten bzw. Schlaktiten könnt ihr einfach ganz schlecht bauen. Nehmen wir Cobblestone nehmt, einfach zwei oder drei Blöcke oder auch nur ein Block und dann eine Wall nach unten oder nach oben, je nachdem, was ihr halt bauen wollt. Ich persönlich finde, das macht sich aber nur in großen Höhlen bzw. großen Caves, Höhlenanlagen bekannt bzw. sieht einfach da nur gut aus, weil es ziemlich, ziemlich klobig ist, halt dadurch, dass ihr volle Blöcke benutzt. Und in so einer kleinen Cave, wie es jetzt hier der Fall war, sieht das halt nicht ganz so gut aus und könnte halt ziemlich überladen aussehen. Aber in einer großen Cave sieht das, glaube ich, doch ziemlich cool aus und gefällt mir deswegen auch sehr, sehr gut. Der nächste Punkt ist, ja, bin ich persönlich ein ziemlich genialer und ziemlich detailreicher Grad, wie ihr auch in größeren Buildings, in Mansions oder größeren Häusern einfach verwenden könnt. Das ist quasi, wenn ihr Dachfenster macht, ganz einfach, ja, wie soll ich sagen, so einen Start bzw. so eine Ballestierung für euer Dach bekommt. Ihr macht einfach halt, ich habe jetzt hier Neverfence genommen, oben einfach zwei Hopper ganz normal und da drüber einen Cauldron. Dadurch, dass die halt in sich selber schon ziemlich detailreiche Items sind und durch diese Hopperform halt, dadurch, dass es natürlich wie so ein Hopper, wie so eine umgedrehte Pyramide einfach hochgeht und der Cauldron durch seine Füße halt nochmal ziemlich viel Detailreichtum dazu gibt, sieht das ziemlich, ziemlich gut aus und ihr könnt es auch echt gut verstecken. Deswegen fand ich diesen Tipp, finde ich persönlich, für kleine Häuser, dadurch, dass es halt nur mit Neverrack und sowas funktioniert, mit dunkleren Farben, dadurch, dass die Hopper so dunkel sind, finde ich, macht es eher Sinn bei größeren Häusern bzw. auch dadurch, dass es halt ein ziemlich großer Detailgrad ist und das manchmal bei kleinen Häusern echt komisch aussehen kann, macht es lieber bei größeren Buildings, aber wir können es natürlich auch gerne bei kleineren ausprobieren. So, und der nächste und auch der letzte Tipp, finde ich persönlich, ist der wahrscheinlich coolste bzw. einfach der am überlegtesten von ihm gewesen, dass es halt quasi auf die verschiedenen Erdschichten einfach achten, wie ihr hier seht. Ich habe mal eine kleine, wie soll ich sagen, Wand nachgebaut bzw. einen kleinen Berghang, wo ihr halt seht, ich habe oben halt mit Gras angefangen und habe mich dann auf diese einzelnen Kompressionsschritte der Erde bzw. halt von den Materialien beschränkt. Ich habe halt oben mit Erde und Dirt angefangen, habe dann mich weiter runtergearbeitet zu diesem weißen Stein und bin dann immer weiter runtergegangen, bis ich halt zu dem normalen Compressed Stone, quasi zu diesem Clean Stone gekommen bin und das habe ich mir halt alles einfach ein bisschen, ja, wird zurecht gemacht, wie es mir halt gefallen hat. Ihr könnt dazu auch Snips benutzen, Stairs und, 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 einfach nochmal ein bisschen Detailreichtum reinbekommen und ich finde persönlich, das sieht der Hammer aus. Ich habe es auch zum ersten Mal gemacht und war doch ziemlich überrascht, wie gut es tatsächlich aussah, deswegen, das braucht nicht viel an Skill, das zu bauen. Ihr macht einfach, ja, sag ich mal, wie es euch beliebt, einfach ein paar Variationen in eure Steinwände rein bzw. in eure Berghänge. Da sei aber auch wieder gesagt, das macht sich, glaube ich, eher merkbar, wenn ihr halt wirklich Mega-Builds baut bzw. halt größere Builds, wo ihr einen Berg entweder selber baut oder verschönert bzw. irgendwie euch ein Cave-Haus baut bzw. so ein Schluchtenhaus baut. Da kann man das ganz gut benutzen, glaube ich, und sieht doch der Hammer aus, deswegen, das ist der letzte Tipp gewesen, den ich euch jetzt noch mitgeben konnte. Zum Schluss, da habe ich nochmal gesagt, lasst dir mal einen Daumen hoch oder runter, damit den passenden Kommentar bei diesen Top-5-Building-Tipps und Tricks mit diesen Fans, bzw. diesen Walls hat es ja ziemlich gut geklappt, das hat mittlerweile schon 500 Aufruhr, was für meine Verhältnisse echt richtig, richtig viel ist, deswegen nochmal echt danke, danke schön. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut gerne mal vorbei, war auch ziemlich cool, das Video, deswegen lasst mir mal einen Daumen hoch oder runter, damit den passenden Kommentar, wir sehen uns in der nächsten Folge, haut da rein und tschüss.